Stillgestand Kadetten, Hauptmann hier, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ultimate Admiral Dreadnoughts Semi-Accurate Builds Und zwar wird es heute erst richtig, erst recht richtig semi-accurate Weil wir haben ja in der letzten Folge die Scharnhorst aus der Scharnhorst-Klasse gebaut Und zwar mit den Dreifach 283mm bzw. 279mm, weil es in dem Game halt nicht anders geht Geschützturm, drei Stück, drei Läufe pro Turm, schön und gut Dieses Mal bauen wir die Kneisenau und zwar schreiben wir die, glaube ich, so Kneisenau, so Und zwar, das war das baugleiche Schwesternschiff, der Scharnhorst Und die Barbetten der Scharnhorst, also der Scharnhorst-Klasse Die hätten eigentlich auch einen doppelten Äh, 380mm Geschützturm fassen können Aber Wurde nie gebaut, also bei der Äh, Kneisenau war es anscheinend geplant Aber man hat so allerhöchstens damit angefangen Wegen, ja, äh, aber wir hatten hier auch Aber in World of Warships zum Beispiel ist er tatsächlich mit den doppel 380mm Geschützturmen Die gleichen wie auf der Biffmark dann Äh, im Game Deswegen habe ich gedacht, vergleichen wir die beiden mal Letzte Folge Scharnhorst-Wurden vs. Konvoi Diese Folge Kneisenau vs. Konvoi Und nächste Folge beide, weil wenn ich die umrüsten will, muss ich ja literally nur die Geschützturme tauschen Äh, beide dann vs. ein Schlachtschiff schicken Welches sich da besser schlägt Ähm, wo brauchen wir da wer jetzt Nein, wir brauchen tatsächlich anscheinend Force Okay Äh, in der Auxiliary Engine hatten wir das letzte Mal Turbo Electric Drive In Schaft hatten wir, glaube ich, auch drei Grupp-Armor natürlich vier Anti-Top hatten wir drei Triple hatten Warte mal, eine Platte 3 und eine Turtle Bag Und Reinforced Bullcats 1, glaube ich weiß Und Bobbett ein 2 Das hatten wir letztes Mal verbaut Genau wie das Profon Profon hatten wir verbaut Mit zwei Radar und kein Radio zum Plattgewicht sparen So, soweit zudem Spaß und natürlich TNT Und wir hatten Elektro-Campus das letzte Mal Ob das stimmt, keine Ahnung, aber So Dann zwei von denen Eher so Zwei von den Babys Einen hier hinten So, dann hier hinten noch die Torpedo-Werfer drauf Äh, dreifach Deck hinten Ja, machen wir mal so Wunderbar 21 Zoll So, und dann ihre Sekundärgeschütze Ähm Wie gesagt, eigentlich Stimmt das nicht so ganz Aber wir hatten sieben davon Aber egal Beziehungsweise, was waren es? Ja, komisch Auf jeden Fall nicht ganz so Aber so kann ich es besser machen Ähm Dann Hatten wir Nein Secondary Guns Davon Eins Zwei Zwei Zwölf Gilt? Ne, zwölf davon Nee, das haut jetzt hin Ja genau 14 davon Das geht aber nicht Dann machen wir 16 daraus Warte, zwölf Doch, geht Ja, zwölf 14 Okay So, und dann hatten wir noch so Kollegen hier Einen Moment Äh Also hatten nicht Wir hatten 37 mm Luftabwehr Gibt es hier nicht Also verbauen wir halt Hier Ach Zwölf Kann man irgendwo noch welche verbauen Genau hier, perfekt Das sind wir nicht so gut gebalanced Wie die letzten Mal Das letzte Mal Ah doch, perfekt Der hat einen schlechten Schusswinkel Das gefällt mir eigentlich nicht Das war nicht geplant Ich brauch wieder einen Tower Und zwar so Und da hin 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 Und du da hin So, okay Äh, Torpedowerfer So wollte ich sagen Okay, das ist eigentlich gut So, jetzt haben wir hier aber den Böden Schusswinkel Das gefällt mir, wie gesagt Wie gesagt nicht Machen wir ihn halt so So ist besser Okay So weit, so gut Gleiche Gegner wie letztes Mal Nur Panzerrücken müssen wir noch kurz machen 150 Gürtel Bis 70 Millimeter Hier angegeben Deck Echt dünn 105 Bis 20 Aber das sind halt eher realistischere Werte Vor allem, weil die Werte hier eher auf Dreadnoughts ausgelegt sind Die waren stärker gepanzert Wie ihre Nachfolger Wenn man festgestellt hat Dass das irgendwie eh nicht so viel bringt Äh, was war das? Kommandoturm So, und hier 360 Weil die großen Geschütze kommen sowieso durch Irgendwie, also von dem her Äh, 140 Ne, 150 sogar Entschuldigung Und hier 140 Okay, perfekt Ich bin einsatzbereit Aye Aye Captain Hätte ich gesagt, oder? Wunderbar Achso, jetzt habe ich natürlich nicht auf den Loader geachtet Hehe Und zwar, äh, Rebuild Ship Wir haben was wichtiges vergessen Ich will die Nachladerate auf Die World of Warships Nachladerate Von ca. 30 Sekunden bringen Da bräuchte ich mir den angeblichen Autoloader Aber egal So, okay Natürlich im Norden Und wir sind falsch rum Und die sind schon ziemlich nah Gefällt mir nicht zwangsläufig gut Hm Oh, okay Da haben wir was gefunden Aber bist du ein Transportschiff? Nein, du bist ein Kriegsschiff Das weiß was Aber wir müssen Mumpel sparen Wir haben nicht so viel davon Auch wenn die jetzt natürlich schon geil gekommen wären Auf dem Destroyer oder was auch immer Ja, es müssen Zerstörer sein hier Okay, aber dann lass mal in die Richtung schippern Vielleicht engagen die uns ja Ja, wir haben den Destroyer gefunden Okay, davon bin ich jetzt kein so Fan Heavy Cruiser, die Light Cruiser Die werden mir jetzt deutlich lieber Ah ja Okay, äh, da spricht man von Light Cruisern, oder? Da seid ihr Transportschiffe Okay, hier scheinen Transportschiffe zu sein Die fahren ja voll von uns weg, man Das ist ja mal voll bescheuert Okay, da ist der Light Cruiser Okay, wir klären hier so langsam alles auf Das sind Transportschiffe Die können wir erstmal ignorieren Das dürfte unser Heavy Cruiser sein Okay, mal warten, was hier so passiert Mal gucken, ob wir den Kollegen mal erwischen Will ich nicht, wäre ja zu schade Aber mal gucken Ihr seid ja Einfache Einfache, einfache Ohohoho, alter Als ob sie es gewusst hätten Haben die schon mal HE geladen Für den Einlauf Mal gucken, ob die uns jetzt engagieren wollen Die Briten-Sheets hier Okay, der war ganz schön knapp Auf dem zweiten leichten Kreuz Der Schuss gerade Hat doch mal auf Safe gesetzt Lass uns Munition sparen Lass uns näher rankommen Und Munition sparen Mal gucken, was unsere 152mm-Kanonen Heute wieder ausrichten Der Kollege manövriert teilweise sehr stark Enemy Torpedos What the fuck Wann wurden die denn bitte geschossen? Wann wurden die bitte geschossen? Was für Torpedo-Range haben die? What the fuck Okay, engage Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet Okay, lass den mal fertig machen Den leichten Kreuz Oder Wenn notfalls Torpedo-Range haben wir hier 15km Okay, da müssen wir also aufpassen Na, komm Overpen Motivieren da mal Okay, die gehen meilenweit daneben Na ja, klar Dass wir nur eine Overpen kriegen Nochmal Torpedos Die sollten uns auch nicht treffen Okay, die haben 21 Oh, okay Das habe ich jetzt leider nicht gesehen Verdammt Okay, aber der Kollege sollte Geschichte sein Ich kann mal auf den hier gehen Zumindest mal die Sekundärgeschütze Auf den Kollegen noch weiterhin Primärgeschütze dann auf den da Okay Schöner Treffer Alter, der hat es repariert Ohne Witz Die DDS haben extrem wenig Munition dabei Müssten wir noch mal Eigentlich einmal treffen können Oder so Und dann sollte der Geschichte sein Ja, in ungefähr so Okay, der hat die Torpedos Okay, nämlich in ungefähr so Und die Sekundärgeschütze Auf die DDS 10% Treffer Könnte mal wieder was dabei sein Wir schließen denen mal kurz in Stücke Die gehen mir nicht auf den Sack Gut, dann mal alles auf die Morson Und nämlich gleich ihre blöden Torpedos feuern Nicht mal Gut, dann vielleicht doch auf die Strongbow Kann Torpedos riechen, meine Freunde Eigentlich nicht Ich habe es ja gesehen, dass ich sie nicht riechen kann Aber egal Komm, bleib hängen Die Idioten Ah, kommt schon Das war so knapp Overpen von irgendeinem Sekundärgeschütz Die Primärgeschütze mal auf den Kollegen Aber ich wäre mal dafür, dass wir hier mal stark abdrehen Jetzt fahren wir ja dann auch eine sehr starke Wende Das wird wahrscheinlich die KI sowieso verwirren Und wir können einfach mal Torpedos auch ins Wasser lassen Notfalls Okay Da wurde es vom Torpedo getroschen Nur noch keine Torpedos im Wasser Das wundert mich jetzt, aber echt Hier kann ich aber auch nachvollziehen Wir sind gerade in einer extrem starken Wende Da Torpedos Ey, Windows Hör auf, irgendwelche Dinge im Hintergrund zu tun Irgendwelche Torpedos zu feuern Macht auch recht wenig Sinn Wie ich finde Ist leider die KI Wenn die meine Schiffe steuert Oder meine Schiffe Nicht unbedingt Sind da nicht immer der gleichen Meinung Okay, die hat Torpedos ins Wasser gesetzt Also, äh Kurz hier fortsetzen Fahren wir eine kleine Wende Dann können wir den D, D, D Erstmal eh komplett ignorieren Oder auch nicht Ist mir egal Dann machen wir den halt fertig Den müssen wir doch jetzt eigentlich Bald mal wieder treffen können Ah, war ganz schön knapp Okay, wir tun die mal auf Save Dann feuern die da nicht Und wenn die da keine Mumpel Kümmern wir uns um die letzten zwei D, Ds Einmal um die Stronghold Und einmal um die Morse Die ist natürlich gefährlicher Die ist um einiges gefährlicher noch Weil, wie gesagt Die Stronghold hat keine Torpedos mehr Deswegen Fokussieren wir auch mal Unsere Secondaries auf den Kollegen Auch wenn der Schuss Gerade wahrscheinlich das Ende war Für die Stronghold Aber Okay, da sind Torpedos im Wasser Wir sind immer noch in der Wende Erstmal die Wende noch ein Stück enger ziehen Dann mal die Torpedos aufmachen Hallo Stronghold Okay, die kann auch hier ruhig leben Ist mir egal Beziehungsweise leben darfst du nicht Aber sie hat eh keine Torpedos Von dem her kann sie mir eh nix Gut, dann fokussieren wir uns nochmal auf den Kollegen Hier schön getroffen Mit der 102 Millimeter Nochmal Komm schon Wir können wieder auf Fünffachgeschwindigkeit Sehe ich gerade Alter, ich finde es irgendwie lächerlich Wie gut sich diese Destroyer immer Äh Keine Ahnung Reparieren Okay, aber ich glaube Das war's für den Kollegen Der sollte sowas von down sein Gut, natürlich die Morsum Da ist noch gefährlich Da müssen wir aufpassen Die Torpedos sollten längst vorbei sein Und der Kollege Da sollte bald endlich mal untergehen Dann sollten wir den leichten Kreuzer Da in Zukunft auch mal wieder treffen Jupp Wäre bald mal wieder möglich Ja alter, die Stronghold hält da noch ganz schön lange durch Die Kollegen haben ziemlich viel Torpedos an Bord Muss ich sagen Gefällt mir nicht Komm mal, die sollten uns langsam mal treffen Alles auf die konzentrieren Wird jetzt wahrscheinlich Torpedos feuern Können ja schon mal so ein preemptive Manüver machen Um sie zu verwirren Hier, sie wollte wohl doch kein Torpedo feuern Fahren wir einen komischen Kuss Aber komm schon Leute Die müsst ihr doch mal treffen Ja genau so Und dann Sekundärgeschütze auf den Kollegen Alter, komm schon Ihr habt schon wieder überlebt Ja bitte Der war jetzt tödlich wahrscheinlich Flashfire, Jupp und sie ist down Okay gut, dann Äh, Primärgeschütze darauf Sekundärgeschütze darauf Okay, auf den haben wir natürlich eine deutlich höhere Hitchhance Wail ein deutlich Uh, okay, der tat ziemlich weh Dieser, der Schuss tat auch weh Da drüben war kein Treffer dabei Oh, alter, der tat weh Der auch Wunderbar Destroyer down Vor Torpedos feuern konnte Der ist gerade aktiv am Fluten noch Liegen natürlich daneben Okay, komm, ist da bei der Salbe was dabei? Na, leider nicht Okay, ein schönes Feuer am Arsch Sehr schön Leider nix dabei Okay, die Imperiulsi Oder wie auch immer die heißen Ist natürlich ein wenig schneller wie wir Und da war ein Abpraller dabei Okay, aber die ist down Also geht jetzt gerade alles auf den Kollegen Aiming in Progress Warum? Äh, bitte Okay, er dreht nochmal Breitseite Ist natürlich ein großer Fehler Und er hat uns ein Arsch-Torpedo entgegengeschickt Alter, wie ich Arsch-Torpedos in dem Game hasse War ja klar, Engine beschädigt Er hat ein Arsch-Torpedo Egal, sollte er hinhauen Ja, nur eine Engine Und wir haben selber noch Torpedos an Bord Wenn wir mal wieder auf Normal stellen Vielleicht gleich Eine Ladung Fische ins Wasser setzen Okay, wir haben die geschädigte Engine Ist das natürlich nicht so gut Bam Sehr schöner Treffer Aber ich hab mal wieder nicht mit dem Arsch-Torpedo gerechnet Da bin ich selber schuld Da kommt gleich wieder der Arsch-Torpedo Wir steuern mal ganz extrem schon mal ein Hier kein Arsch-Torpedo Aber da ist er down Okay, North-East Gut, fahren wir mal da lang Und holen noch die Handelsschiffe Auf Ey, gut, dann halt da lang Ja, da waren auf jeden Fall einige im Süden Da waren einige Ey, aber ich muss sagen Die Gneisenau hat sich fast besser geschlagen Als die Scharnhaus Ja, klar Wir haben uns in der Scharnhaus Drei Torpedos gefressen Hier nur einen Aber ich meine Die Primärgeschütze Haben sich deutlich besser geschlagen Auch hier Ah Na gucken, wie es gegen die Schlachtschiffe so läuft Ja gut, aber die 283mm-Geschütze Sind halt auch echt unvorteilhaft Bei vielen Dingen Immerhin ist es ja nicht World of War Trips Wo du mit den Dingern Probleme mit Kreuzern hast Aber Machen halt einfach viel, viel weniger Schaden Und zwar so viel unendlich weniger Schaden Es lohnt sich kaum, die zu nutzen Außer natürlich Man hat jetzt vor Mit seinem Battleship Gezielt gegen Zerstörer zu kämpfen Dann empfiehlen sich kleine Kanonen Okay, jetzt müssen wir ja Ah, wir haben Gegner gespottet Okay Gut, machen wir die mal fertig, oder? Ein kleines Tradeschiff Ja, okay, aber ich glaube Wie ich hier die Tradeschiffe zerlege Müsst ihr nicht mehr sehen Also Ja In dem Fall Nächstes Mal Traunhorst und Kneisenau Versus Äh Battleship Also Wegtreten Hauptmann out Die Tradeschiffe Die Tradeschiffe